Sky Kunden, sky.de slash Werbung, wenn sie unser Programm mit viel, viel Live-Sport weiter empfehlen. Toller Dreher von Hermann. Entschuldigung, wenn ich das mal ins Wort wollte. Kein Problem, kein Problem. Handball ist so schnell, da wird man öfter mal ein bisschen überholt. Ja, der Winkel war echt nicht einfach. Und Quenstädt hat ja heute schon einige von außen weggenommen, aber der Dreher war natürlich überragend. Das war ja ein Gensheimer, das waren ja fast 90 Grad. Ah, Domo, verrückt.